Ich bin heute mal ein bisschen Art-Journal-ig unterwegs, falls das ein Wort ist, ich weiß es nicht. Wenn ihr mit mir gemeinsam diese Seite gestalten wollt, dann bleibt doch bitte dran. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder, Luise Heinzel, und das hier ist mein kleines Pinguin & Friends Journal, in dem ich verschiedene Techniken ausprobieren möchte, in dem ich klassisches Junk-Journaling betreibe, aber auch andere Dinge ausprobiere, wie zum Beispiel verschiedene Mixed-Media-Techniken oder auch Dinge aus dem Bereich Art-Journaling. Das, was ich heute machen möchte, wird, ja, wie soll ich sagen, das ist ja immer Definitionssache, ne, aber ich würde mal sagen, das hier wird eine Art-Journaling-Seite. Ich werde euch später noch ein bisschen was dazu erzählen, warum ich das so nenne, beziehungsweise, ja, warum es vielleicht nicht eine Art klassisches Junk-Journaling ist, wenn man das überhaupt so nennen kann. Der Hintergedanke dieser Seite ist eigentlich ein ganz einfacher. Ich wollte ganz gerne diese Schattierungstechnik, die ich auf einer anderen Seite schon mal gemacht habe, noch mal so ein bisschen üben und ausprobieren. Diesmal aber nicht mit so rechteckigen Formen, wie ich das vorher gemacht habe, sondern mit der Form der Blumen und Federn und Tiere, die mir mein digitales Papier vorgibt. Und ich wollte ganz gerne versuchen, eine Art, ja, so eine Art Schichtenoptik auf meine Seite zu bringen. Es hat mich jetzt neulich ein Kommentar erreicht, zu dem ich gerne einmal Stellung nehmen möchte. Und zwar hat jemand unter meinem Video geschrieben, dass dieses Video, also ich sage euch jetzt mal, welches Video das war, sonst versteht ihr das ja gar nicht. Ich hatte neulich doch diese Seite gemacht mit diesen Pinguinen, die auf so einer Art Eisscholle stehen. Das Video heißt Mixed-Media-Collage in meinem Altered Book, beziehungsweise Art-Junk-Journal. Und jemand hat unter dieses Video geschrieben, für mich ist das kein Junk-Journaling mehr, das ist für mich Mixed-Media. Mal abgesehen davon, dass es ja auch so im Titel stand und man im Prinzip, ja, nichts anderes hat erwarten können als eine Mixed-Media-Seite, hat mich das doch, wie soll ich sagen, nicht getroffen, weil, ja, also ich glaube, ich kann über solchen Dingen drüberstehen, aber es hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Denn möglicherweise gibt es einige Leute, die, ja, die Begriffe, die sich ums Junk-Journaling, um Art-Journaling, um Mixed-Media gehen, noch nicht so richtig verinnerlicht haben, beziehungsweise es gibt vielleicht auch Leute, denen offenbar nicht klar ist, dass das eine das andere nicht ausschließt, dass das eine in das andere übergehen kann und dass man manches auch überhaupt gar nicht so klar definieren kann, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt sage, hier, ich mache ein Junk-Journal, dann bedeutet das ja in erster Linie, ich nehme ein Buch, was normalerweise in den Müll geschmissen worden wäre, also was Müll gewesen wäre und mache mir daraus etwas Neues. Ist es jetzt kein Junk-Journal mehr, weil ich digitales Papier verwende? Wenn ich sage, es ist ein Art-Junk-Journal, also ein Junk-Journal, in dem sich Kunst befindet, ist es dann ein Art-Journal, weil kein Müll drin ist? Wenn ich jetzt sage, okay, ich sehe irgendwo eine Mixed-Media-Technik, die mir sehr gut gefällt, darf ich die dann nicht in mein Junk-Journal tun? Nur weil ich dieses Junk-Journal genannt habe, muss wirklich alles in einem Junk-Journal immer Müll sein, muss alles in einem Art-Journal immer Kunst sein, muss bei Mixed-Media immer, ja, wer weiß, wie teures Material verschiedenster Art verwendet werden, verschiedene Medien eben. Ist denn das, was ich hier mache, nicht eigentlich auch schon Mixed-Media? Denn ich benutze hier auch verschiedene Medien, Papier, Pappe, Farbe, verschiedene Stifte und so weiter. Das sind keine Fragen, auf die ich eine Antwort haben möchte, denn ich habe diese Antwort für mich selber schon gefunden. Aber ich möchte gerne, dass ihr mal drüber nachdenkt, wenn ihr vielleicht solche Aussagen trefft. Also ich weiß, das betrifft jetzt nur einige wenige, aber für diese einigen wenigen, die dieses Video vielleicht sehen, möchte ich sagen, schaut doch bitte einfach mal über den Tellerrand hinaus. Anstatt, dass ihr jemanden kritisiert, der sich Mühe gibt mit einem Video und dieses Video dann auch noch klipp und klar beschreibt, was in diesem Video zu sehen ist, bitte lest doch die Überschrift, bitte lest doch die Infoboxen, die wir als YouTuber unter unsere Videos schreiben und schreibt dann einen Kommentar, wenn ihr meint, dass ihr den dann noch abgeben müsst. Und für alle anderen, die nicht solche Kommentare schreiben, weil sie lesen können und weil sie sich die Mühe machen, auch die Infoboxen zu lesen, wo wir oftmals noch zusätzliche Informationen geben, an alle die möchte ich sagen, schränkt euch nicht so ein. Also es gibt viele, die sagen, ja, mein Junk Journal, oh Gott, das ist eigentlich gar kein Junk Journal. Ja, warum nicht? Nenn es doch bitte einfach so, wie du willst. Warum müssen wir uns solchen Formulierungen unterwerfen? Warum müssen wir sagen, okay, das ist jetzt klassisch Junk Journal, das ist klassisch Mixed Media? Oder ich sehe darin überhaupt gar keinen Grund. Tut doch bitte einfach, was euch Spaß macht, was euch kreativ werden lässt. Und wenn ihr dafür einen ganz neuen Namen erfindet, ja, dann heißt das eben anders. So, wo ist denn das Problem? Also ich möchte mich jetzt nicht irgendwie aufregen, das merkt ihr auch schon an meiner Stimme. Ich bin total cool hier mit meiner kleinen Collage hier am Werk. Aber ich möchte einfach nur versuchen, auf die wirklich wichtigen Sachen von Kunst, von Journaling, von Mixed Media, Art Journaling, Junk Journaling, was auch immer, wie auch immer ihr das nennen wollt, hinzuweisen. Die wichtigen Sachen sind doch, dass man sich entspannen kann, dass man kreativ werden kann, dass man mit anderen Leuten in Kontakt kommt, dass man sich Inspirationen holen kann. Diese Liste könnte ich bis ins Unendliche fortsetzen. Und das sind meiner Meinung nach die Dinge, die wirklich wichtig sind und nicht solche komischen Kommentare, wo ich mir denke, ja, was steht denn da im Wörterbuch? Steht da überhaupt irgendwas? Wenn es eine Definition gäbe für Mixed Media, für Art Journaling, schlag dein Wörterbuch auf, dann guckst du da mal rein, dann wirst du feststellen, da steht nichts drin. So, weil es einfach so fließende Übergänge sind, ja, dass es das eigentlich irgendwie in dem Sinne gar nicht so klar definierbar macht. So, ja, apropos fließende Übergänge. Nachdem ich aus meinem eigenen digitalen Papier hier diese Blumen und Federn und den kleinen Papageientaucher dort ausgeschnitten hatte, habe ich mir das, wie ihr gerade gesehen habt, alles auf meiner Seite hier arrangiert und habe das versucht, in verschiedenen Schichten übereinander zu legen. Einerseits, um so eine gewisse Dimension dort hineinzubringen, verschiedene Schichten zu bekommen und andererseits eben, um dieses Papier nochmal neu zu arrangieren. Es gibt einige von euch, die sagen, ja, oh mein Gott, diese Seiten, die schauen so schön aus. Also, vielen Dank, dass ihr meine Seiten schön findet. Aber ihr sagt dann weiter, ja, damit kann ich jetzt gar nichts mehr machen. Ich kann das ja jetzt nicht zerstören. Ich kann das doch nicht zerschneiden oder zerreißen. Die Seite schaut fertig für mich aus. Ich kann da nichts draufkleben, weil ich habe das Gefühl, ich mache es kaputt. Und ich möchte euch gerne mit diesem Video zeigen, ihr könnt alles mit diesem Papier machen. Ihr könnt das komplett zerschneiden und etwas völlig Neues draus machen und einen komplett anderen Weg gehen, genauso wie ich das jetzt hier versuche. Also scheut euch bitte nicht, dieses Papier zu nehmen, zu zerreißen, auszuschneiden, neu aneinander zu fügen und so weiter. Ich habe jetzt hier mich an einem sehr, sehr großen Vorbild im Bereich Mixed Media und Art Journaling orientiert. Das ist die Jessica Rosengren. Die kommt aus Schweden. Die heißt Jessen Art auf YouTube. Ich verlinke euch die auch unten in der Infobox. Da gibt es jetzt kein spezielles Video, an dem ich mich orientiert habe oder durch das ich inspiriert bin, sondern es ist einfach die komplette Art, wie sie ihre Seiten gestaltet. Und insbesondere das mit diesem weißen Gesso, was ich jetzt hier in Ermangelung an Gesso mit Acrylfarbe gemacht habe, diese Flächen wieder auszufüllen, Schnipsel miteinander zu verbinden und auch diese Schattierung, die ich jetzt mache, die verwendet sie sehr häufig in ihren Videos und ich starre eigentlich schon sehr, sehr lange sehr fasziniert auf ihrem YouTube-Kanal. Also sie ist auch ein Mitglied meines Design-Teams. Von daher kennen wir uns schon sehr, sehr intensiv, würde ich mal sagen. Und ich verfolge sie schon sehr lange. Und was sie macht, das ist eigentlich immer so harmonisch. Und jetzt wollte ich einige Elemente einfach hier auch mal ausprobieren. Jetzt habe ich eben versucht, mit weißer Acrylfarbe diese einzelnen Schnipsel miteinander zu verbinden, zu verblenden sozusagen und eine ganze Menge negativen Platz zu erschaffen. Ihr seht, das Weiße sieht jetzt so aus, als wenn da einfach nichts wäre, oder? Also auf der rechten Seite schimmert noch so ein bisschen die Schrift von dem Buch durch und auf der linken Seite ist es so ein bisschen aschig teilweise, sehr abgerotzt. Wenn man jetzt genau hinguckt, ist das natürlich kein klares Weiß, soll es auch nicht sein. Aber dadurch entsteht ein negativer Platz zwischen diesen Blumen. Auf den Stellen, wo die Blumen sind und die Feder vor allen Dingen, ist es sehr voll, sehr, wie sagt man da, sehr wimmelig. Also wisst ihr, was ich meine? Also ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist so ein bisschen wuselig auch teilweise. Und durch diesen negativen weißen Platz versuche ich jetzt wieder, die Seite etwas zu beruhigen sozusagen. Und ich weiß, dass das hier ein absolutes Anfangsstadium dieser Technik ist, aber ich war doch sehr überrascht, was das für eine Wirkung ausgemacht hat. Ich habe jetzt versucht, mit diesem schwarzen wasserlöslichen Stift, das ist der Stabilo All Pen und eben einem nassen Pinsel, hier so Schattierungen hinzuzufügen und zwar genau dort, wo auch die Ränder von meinem Papier sind. Also das, was ich vorher ausgeschnitten habe, da gehe ich jetzt einfach mit dem schwarzen Stift drumherum, genau da an den Linien entlang, wo ich geschnitten habe. Das kann man im Kamerabild jetzt vielleicht nicht unbedingt so hundertprozentig sehen, weil das teilweise sehr filigran ist. Aber ich gehe einfach an den geschnittenen Linien entlang und verblende dann mit Wasser diesen schwarzen Stift, sodass es hoffentlich so aussieht, als wäre es etwas dreidimensional. Wenn diese einzelnen Schichten wirklich in der Realität mit etwas Abstand übereinander wären, dann wären natürlich die unteren Schichten vom Schatten her wesentlich mehr getroffen, als ich das jetzt hier gemacht habe. Also versteht ihr, was ich meine? Die Dinge im Hintergrund müssten viel dunkler sein, weil ja weniger Licht an sie käme, wenn das jetzt wirklich so in Schichten übereinander gestuft wäre sozusagen. Ich habe das aber deshalb nicht gemacht, weil ich nicht wollte, dass es zu realistisch aussieht und weil ich auch diesen Art-Journaling-Style erschaffen wollte. Wenn ihr schon mal mehr Art-Journaling-Videos angeschaut habt, dann seht ihr, dass die Schattierungen oftmals nicht realistisch sind. Und trotzdem passiert da etwas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das neulich war. Irgendjemand hat mal versucht, mir das zu erklären, woran das liegt. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Aber ihr seht ja schon, ich gehe mit dem schwarzen Stift komplett um meine Formen drumherum. Ich gehe komplett um das Ausgeschnittene drumherum. Das ist ja total unrealistisch, denn da müsste das Licht ja direkt von oben kommen, dass das in Wirklichkeit so sein könnte. Normalerweise ist das ja nicht der Fall oder in den seltensten Fällen ist das der Fall. Normalerweise würde das Licht eher von rechts oder von links oder von oben oder von unten kommen. Aber dadurch, dass ich das jetzt so mache, stechen die einzelnen Elemente viel, viel mehr aus der Seite raus. Und das macht dieses für mich, nur eine persönliche Meinung, bevor wieder irgendwer einen komischen Kommentar schreibt, für mich macht das dieses typische Art Journaling Schatten, diese Schattenoptik aus. Also das wird sehr oft so angewendet und deswegen habe ich jetzt eben versucht, das hier mal so auch zu imitieren. Wie gesagt, ich habe hier weiße Acrylfarbe genommen anstatt Gesso, weil ich gerade kein Gesso hier zur Verfügung habe, wo ich mich gerade befinde. Aber das hat trotzdem ganz gut funktioniert. Ich gehe jetzt nochmal mit der weißen Farbe da drüber. Also wie gesagt, ihr könntet auch weißes Gesso benutzen. Das lässt sich leichter verschmieren und verblenden als normale Acrylfarbe. Oder ihr könnt auch die Acrylfarbe einfach ein bisschen mit Wasser verdünnen, aber bitte nicht zu viel, weil sonst rutscht ihr ziemlich weg. Und jetzt gehe ich nochmal da drüber und da habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, was die da tun und was die Jessica vor allen Dingen tut, an der ich mich jetzt hier orientiert habe. Denn wenn ich jetzt da wieder drüber gehe und ich gehe auch sehr an den Rand, wie ihr seht, wo die schwarzen Stellen sind, dann kann ich den Stabilo Oil Pen auch nochmal verschmieren mit der Acrylfarbe. Und das tue ich natürlich in erster Linie da, wo ich es dunkler haben will, wo ich diese gräulichen, schwarzen Schatten haben will. Aber ich kann auch etwas davon mit in meinen negativen weißen Platz hineinschmieren, dass das so richtig abgeranzt aussieht. Es ist dann nicht einfach eine weiße Fläche. Es ist auch nicht grau oder so, wie ihr seht, sondern es ist wirklich so, ja, so total, als wenn das so eine Leinwand wäre. Also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich hoffe, dass man das irgendwie in der Kamera auch erkennen kann. Also wie gesagt, das ist jetzt hier kein Masterpiece. Das kann man sich sicherlich nicht irgendwo an die Wand hängen. Aber diese Erfahrung zu machen, ist für mich auch ein Teil von Journaling in jeglicher Art. Von Art Journaling, Junk Journaling oder auch Journals, in denen man Mixed Media verwendet. Und dieses auszuprobieren und diesen Prozess zu durchlaufen, das ist auch etwas, was ich euch sehr gerne ans Herz legen möchte. Also es gibt auch gerade jetzt in unserer Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch, falls ihr die nicht kennt, die ist auch unten in der Infobox verlinkt, falls ihr Interesse habt, da Mitglied zu werden. In dieser Gruppe gibt es ganz, ganz viele Leute, die sagen, hu, habe ich da mal versucht nachzumachen, ist mir aber nicht so ganz gelungen. Denn, hm, warum nicht? Natürlich ist es dir gelungen, jedem Einzelnen von euch ist es gelungen, das nachzumachen. Warum? Weil ihr euch hingesetzt habt und ihr habt euch das getraut, sozusagen, das einfach mal zu machen. Mir ist es jetzt hier ganz gleich gegangen. Ich sehe diese Videos und ich denke mir, um Himmels Willen, ich kann das niemals so hinkriegen. Aber darum geht es auch nicht. Meiner Meinung nach geht es darum nicht. Es geht darum, sich hinzusetzen, das auszuprobieren und wirklich mit diesen verschiedenen Medien herumzuexperimentieren, zu sehen, okay, wenn ich das so mache, geht das total schief. Wenn ich das so mache, naja, vielleicht schon ein bisschen besser. Wenn ich das so mache, komme ich vielleicht irgendwann zu einem Punkt, wo ich zufrieden sein kann. Dieser Punkt war jetzt bei mir hier, als ich das bis zu diesem Stadium hier fertig hatte. Ich habe mir dann überlegt, ich möchte gerne noch einen kleinen Spruch integrieren. Da habe ich mir dann meine Pinguin-Sprüche-Liste genommen. Ihr findet diese Seite auch als gratis Download auf meiner Dropbox. Der Link befindet sich auch unten in der Infobox. Diese Sprüche habe ich für euch gemacht. Wenn ihr die gut findet, dann könnt ihr die euch kostenlos herunterladen und auch für eure eigenen Projekte verwenden. Und ich habe mir jetzt hier einen Spruch ausgesucht, der mehrere Zeilen hat, sodass ich mit diesem schwarzen Balken sozusagen, auf dem sich diese weiße Schrift befindet, diesen negativen Platz nochmal etwas durchbrechen kann. Und ich glaube, das herausgefunden zu haben, also das ist so meine Erkenntnis dieser Seite, also die mir diese Seite gebracht hat. Wenn ich erst sehr viel negativen Platz erschaffe und ihn dann mit diesen Sprüchen wieder durchbreche, dann habe ich genau die perfekte Mischung zwischen sozusagen positivem Platz, also den Stellen, wo die Rosen und die Feder und der Papageientaucher sind, und diesem weißen Platz, diesem negativen Platz, da ergibt sich ein Zusammenhang. Also diese beiden verschmelzen miteinander. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, hu, ganz viel Weiß da im Hintergrund, weil dieses Weiß jetzt zwar immer noch negativer Platz ist, aber er wird durchbrochen von diesen schwarzen Balken mit der Schrift drauf. Und da geht das Auge vielleicht auch als erstes hin, wenn man versuchen möchte, das zu lesen. Ja, ich hoffe, diese etwas andere Art und Weise dieses Videos war für euch okay. Ich musste das aber unbedingt loswerden, weil ihr mir sehr am Herzen liegt und ihr sollt auch wissen, dass ich mir Gedanken mache über das, was ihr unter meine Videos schreibt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Habt viel Spaß beim Nachmachen, bei euren eigenen Kreationen. Bleibt gesund und ja, wir sehen uns hoffentlich. Bis dahin. Tschüss.